Sometimes I just feel like a gangster Moin Leute und Willkommen zu einem Let's Play Minecraft Zu einem neuen Let's Play Minecraft Mit dabei ist der Marius Der da hinten beim Baum vorkommt Ja, da sind wir Ist okay Zuvor wollte ich schon mal sagen Nein, ey, ey, Mann Okay, lol Nein, lass es in Ruhe Ach, auf einmal Ja, auf einmal Komm, wir spielen Wasserball Komm, schläg mal da hinten hin Komm, ich vermieter fast kein Essen mehr Kommst du rüber? Wir sind getrennt Da ist noch Hühnchen Da ist ein Hühnchen Da ist ein Hühnchen Oh, die getötet Soll ich dich mal töten? Oh, Schmeichchen Ich höre das böse Hühnchen Ja, das ist hinter dir Ja Schweinchen Ja, äh, ich Was ich nochmal sagen wollte ist Das Das Let's Play Ist so gemacht Dass jederzeit neue Friendos Sag ich es einfach mal so, ne? Friendos Na, Kollegen Aufnahmepartner So Beitreten können Können natürlich Selbstaufnahmen davon machen Dududum 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 Mwaaaaaaaaaah Okay Und ja Wahrscheinlich kommt der Desmond noch dazu Also der Dominic Und ja Dudududu Dududu Und vielleicht kommt auch noch der Leonard dazu Der Troudl Troudlbaudl Ich bin übrigens gerade mit Taudel eingeloggt, weil ich es kann, ne? Den König und so. Genau, ich habe übrigens eine Blume. Soll ich einen Mohn? Und die schon wieder. Hier, guck mal. Baut ich halt den Baum ein. Okay, ich muss jetzt auch erstmal ein bisschen Holz farmen gehen. Hui! Das ist richtig. So, Leute. Dreimal auf Holz geklopft. So, ich mache mir dann mal ein bisschen was zu... Naschen. Ja, unter anderem. Erstmal. Sticks. Und... Zack. Spitzhacke. Nein, ich will es wegwerfen. Die... Werkbank nehme ich mal lieber mit. So, dudes. Dann muss ich erst mal... Ja, unter anderem. Nein! Oh, scheißer Sprung verkackt. Oh, ich brauche Essen! Ah, das Stein. Stein, 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 Stein. Hä. Feuer, Feuer, Feuer. Stein, 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 Stein. So. Ja. Machst du da was zu erzählen? Ich muss aber nachher weg, weil ich mir die Haare schneide. Wo? Wo? Beim Friseurelei. Ja, beim Frise. Beim Ostfriese, Alter. Beim Ostfriese, Junge. Bei Otto. Bei Otto. Oh Wolkis. Dass mir die Haare schneiden, so Premium bin ich. Ja. Weil du ein Premium, ne? Zwei Dinge. Muss ja einer von uns beiden sein, ne? Du schweißt. Ich hab ein Steinschwert, Mann. Ich hab ein Diaschwert. Der hat cheated. Pinna, ey. Ja. Hab ich mir ja cheated. Weil ich's kann. Du nicht. Kannst auch, aber ich mach's nicht, weil ich nicht so scheiße bin. Ja, so wie du es eigentlich schon immer warst und bist. Also, du kannst es nicht dran ändern. Du kannst es nicht dran ändern. Du kannst es nicht. Ach, Mann. Leck mich. Sprich du bitte für mich. Ich kann heute nicht sprechen. Okay, Penis. Ja. Oh, ist ein Huhn. Ja. Scheuung. Ne? Mhm. Äh. Ich muss mir erstmal hier ein bisschen Holz hacken. Wir müssen aber auch wieder zusammenfinden, ne? Ich hab schon eine eigene kleine Höhle. Bitte? Und ich hab Fleisch. Oh, ja. No, no, no. No, no, no. Oh, volle Hungerleiste. Bande. Of course. So, ich brauch mal etwas zum Phrasen. Hab zwar sieben großes Fleisch, aber... Juckt mich nicht, ne? Du brauchst erstmal einen Ofen. Wahrscheinlich, oder? Ne? Wo bist du nur eigentlich? Ein Baum. Ein Baum! Hier sind ein bisschen viele Bäume, meinst du nicht? Ja. Das ist nicht mein Problem. Doch. Komm zu dir. Nach Hause. Welches Hause? Das in Minecraft, oder? Ja, beides. Ich seh dein Name. Ich dachte, ich aus, wenn du mein Haus nicht findest, weil das ist echt offensichtlich. Ja, ich hab dein Name eh schon gesehen. Ich dein auch. Tust du so. Bist du unterm Baum? Bist du jetzt echt unterm Baum? Marius? Nein, ich bin nicht unterm Baum. Ja, hast du dich da nicht runtergegeben? Ich geh jetzt hier mal... Au. Oh, ich hör dich. Au. Wer hat's gedacht, da ist ne Tür. So, äh, Fleisch. Na. Ja. Ich hab ne Feder. Soll ich dich damit kitzeln? Bitte nicht, wenn du kitzeln sagst, meinst du mal hauen. Ja, es geht auch nicht anders in Minecraft. Wie kitzel ich jetzt trotzdem? Okay, ich kitzel dich mit mein Schwert. Nein! Nee, hör auf, bitte. Mein Haus, meine Richtung. Hä? Oh, Fleisch. Ey, meins. Ey, wieso hast du alles weggenommen? Hab nicht alles weggenommen. Oh ja, danke. Jetzt geh aus mein Haus raus. Auf dein Haus? Nein, nein, nein. Aus deinem Haus raus. Ich hab nur noch ein Herz. Oh. Oh, oh. Helfer. Lass mich raus. Lass mich rein. Nein! Nein! Ich hab quasi die Tür im Flugzug gemacht. Die Flugente, ey. Guck, guck. Ich mach dir auch die Tür auf, komm, ey. Und wie geht's ja so? Muss man auch mal fragen, ne? Oh, ganz gut, ganz gut. Ja. Und du? Ja, ja, muss ja, ne? Muss ja nie. Mal wieder was für YouTube machen, ne? Musch ja nie. Ja, klar. Das Bombus. So, äh, wo können ich denn hier eigentlich hin? Da hinten ist Creeper. Ich weiß nicht, ob ich da schon... Ich sollte vielleicht mal unsere Tür zu machen. Was? Nein, wie kommst du denn da rauf? Äh, das ist reine Intuition. Das ist Glätte. Meine Intuition sagt mir, verpiss dich so schnell, wie du kannst. Und lauf nicht gegen die Wand. Ich mach's aber trotzdem. Ich mach mal ein bisschen, dass man besser hier reinkommt. Hey, ein bisschen Schaffeln über die Wand muss ja auch sein, ne? Nein. Vielleicht sollte ich das doch nicht so machen. Nein. Nein. Fleisch ist fertig. Essen ist fertig. Nein, 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 nein. Achso. Ja, okay, dann mach das mal. Äh, aber trotzdem. Was war denn das? Ich. Du? Mhm. Du. Achso. Sehr interessant. Vielleicht... Ich pflanze hier erstmal ein bisschen Erde dran. Ah. Sorry. Ne, ich hab mich versetzt. Mal gucken. Na, 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 na. Na, 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 na. Oh, Mann. Ähm, man muss sich halt jetzt falsch setzen. Das ist alles deine Schuld, ne? Mhm. Wer ist denn auch sonst? Ne, ne, na, na, na. Gut, dann würde ich sagen, ja, würde ich auch sagen, dass wir erst mal den Spawnpunten setzen. Machen wir einfach mal so, ne? Zack. Krass, Mann. Weiß ich, warum wir es komplett aus Holz machen. Ich weiß nicht. Ah, hinten ist ein Bär. Da gibt es wahrscheinlich Erze. Oh, nein. Ah, nee, na, 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 na. Renn durch! Bin durch. Bin durchgerannt. Ah, schön, schön. Eigentlich... Ah, ja. Ohne Anblick, ne. Sagt auch zu einfach mal nichts. So. Leuchte Lava. hab Clay gefunden das ist richtig muss ja mal was spannendes machen ja wenn da gleich irgendwie steht dass ich tot bin das ist ein Crown Creeper naja werd mich nicht wundern ich auch nicht warum auch bin ja du nicht ja oh Holzkohle was machst du doel ich höre Lava ich seh sie aber nicht und jetzt hast du sie ja ich hab sie gefunden ich war grad an überlegen wie dumm bin ich eigentlich dass ich runtergrabe und in diesem Moment war ich auch schon drin ich hab mal ne Frage wieso versuchst du in Lava zu schwimmen ich hab keine Ahnung trolle lol trolle Lava hart woher wissen die Zombies dass ich hier auch ne ne oh ja greift euch gegenseitig ans glätte uh booste mich hast du gut gemacht sehr gut ah ein paar Sachen haben noch überlebt cool dann auf auf schau mal ein Leben okay oh schmarius benehm dich doch mal was hab ich denn jetzt gemacht so äh echt ich seh den ich seh die viele Mops wenn ich hier Ramos gebe ich wär so gefickt ne ich seh die Halfstep hier nicht mehr hab ich dir ach da saß ja alter ja wo die ist denn los mit dir ich verkleide das vielleicht auch mal so pass auf haut ab ich hab nur Monsterphobie vielleicht nicht ich mach daraus Cleanstone oh wo ich muss aus Ehre was man ja auch machen könnte ist mal dass man äh wenn du deinen neuen Laptop hast äh dein oder PC ne PC wirst du wahrscheinlich sein äh dann ähm kannst du auch mit aufnehmen können wir zwei Sichten in der äh Aufnahme machen dass also wie bei Broken Thumbsie du das mal gemacht haben weißt du halt das ist deine Sicht oben rechts das ist deine Sicht irgendwo an der Ecke ist und ne das muss man ja minimieren dann so äh Holzkohle steht bereit da ich pflanze hier mal äh Fichtensetzlinge vor unser Hust nein Hexe und Minizombie das ist ein Spaß kommst du klar lol was ist denn hier unten oh oh okay vielleicht auch mal ein bisschen Sand fahren hier Fenstern so ich hab eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht die gute ist ich hab drei Sachen wieder ja schlecht ist davon ist alle eine Holzbezacke und hier ist Eisen alter verpiss ich Creeper ah Junge ich hab mich richtig verjagt weil einfach vor meiner Phrase Creeper war also kam so um die Ecke ne scheiße kam einfach um die Ecke ja und dann muss ich natürlich zerbersten ach provisorisch reicht das erstmal ich hab 24 Sand dann kann man so lassen ich baue das hier mal zu so ähm wo soll ich das denn jetzt erstmal hinbauen nochmal da ja ja da ist ein Knochen warte mal da ach da kommt dann aber hier gut äh ich hoffe das hab ich jetzt richtig abgemessen hab ich gut äh kann man aus Holz Kohle Fackeln machen ja ist das sehr gut aber dann mach ich uns mal acht wäre auch halt nicht so viel ähm verschwenden weil die kann noch monstlich sein die Kohle so kommt einmal auf der Werkbank eine Facke ne hechse ne hechse achso wenn ich für die nächste Aufnahme Shader benutzen soll sagst schreibt das in meine Kommentare nein ein kleiner Zombie kleiner Zombie in der Laucherhöhle das ist ganz schlecht halt ich hab hier gerade so eine neue Monster Farbe glaube ich entwickelt okay das Problem ist, dass du da bei der Monster vom Sterben kannst ich bin vergiftet super oh die vergiftung ist weg bis hin ach ne jo stimmt jetzt ah ne doch nicht geschafft gut gut das äh kann mal passieren aber ihr seht lädt es nicht mehr so bei der Aufnahme was ich auch schon bei der Survival Games äh Folge angesprochen habe und ja die Folge war auch geil alter ich hab's überlebt ich hab's überlebt Glückwunsch und Steinschwert wieder hoch oh Steinschwert ist wichtig so stirb erstmal erstmal ein bisschen Schweine schlachten mit einem Schwert ich glaube ich sehe da hinten ein ein Hurse ich glaube die gehe ich gleich mal zum hin zum hin ne zum hin dann gehe ich gleich mal zum Pferd bringen den wir in den Binnen nebenbei oh ich hab ne Hülle gefunden da stationiere ich mich erstmal oh da ist äh ein Zombie stirb bitte nackel hab mir nicht umsonst fackeln gemacht oh Kohle hoho alter rastet aus Zombie Armee 5 5 hoch 2 was 5 hoch 2 Zombie Armee hoch 5 wollte ich eigentlich sagen aber YOLO ne ist mir jetzt auch egal wir sind hier nicht perfekt Schulz setz auch einen da auf natürlich das ABC Spiel wenn er dann nicht kommt es erlaubt wenn er dann nicht kommt es erlaubt und eventuelle Personen mit die ihr euch aber noch nicht verraten ich ne also ich nehm ja ich hab ne Kamera dann nehm ich das auf so ne HD Kamera sag ich mal von äh oh von äh ja Canon ja von Canon sag ich schon ne Nikon oder war das Nikon ja das war Nikon gut äh und die nimmt halt HD auf ich hab da zwar noch nie Videos so richtig mitgemacht und die auf PC gezogen wie es dann aussieht Aber ich denke mal Müsste man hinkriegen Auf jeden Fall mach ich dann auf jeden Fall Mach ich auf jeden Fall auf jeden Fall Ein Video Aber uns zeigen wir nicht Das bleibt noch Schränkst geheim Und außerdem sind wir dann noch Ich finde Also ich bin ja erst 14 Marius ist 15 Dass man sich da noch nicht zeigen sollte Das hat ja auch ein Teil mit der Privatsphäre zu tun Also Mit dem zeigen so als Beispiel mal Germanist Play Den guck ich auch oft Der zeigt sich ja auch nicht Aus privaten Gründen Also wir halt Privatsphäre noch dazu mit haben Und Er hält es auch glaube ich nicht für nötig Weil es ist ja keine Pflicht Eine Facecam anzumachen oder nicht Das ist halt Und zum Beispiel die die es wollen Und dann deabonnieren Weil er es nicht macht Das finde ich totaler Quatsch Das ist auch total behindert Ja Ey das geht Wenn er sich halt nicht zeigen will Dann zackt er sich nicht mehr halt Richtig Klar und es ist zwar Wenn man jetzt schreibt Ja ich finde es scheiße Und so ist zwar Ist zwar Meinungsfreiheit Aber Man muss es halt nicht Auf dem Niveau hin Senken Dass man gleich beleidigen wird Oder so Ja Und aus dem Grund So mache ich das auch nicht Also auch Einerseits Weil ich Etwas jünger bin Sag ich mal Und Ja Vielleicht Kommt später noch In der Facecam So wenn ich Wenn ich mal 18 bin oder so Ne Nehme ich höchstwahrscheinlich Ich mache YouTube eigentlich So wie ich Lust habe Dazu komme ich jetzt auch nochmal Äh jetzt mal mit den Da habe ich auch noch ein Infovideo gemacht Zu den Video Uploads Ich lade halt Videos hoch Weil ich Lust habe Und zwinge mich nicht dazu Dass ich zweimal täglich Äh die Woche Zwei Mal täglich die Woche Ja Ja lass mich ausreden Zweimal täglich die Woche Videos raushau Ne Und ähm Ich will mich halt darauf Konzentrieren Wenigstens zwei Also mal Ein Video oder mal zwei Videos Ist halt komplett Also da Richtig gut zu bearbeiten Ähm Affekte rein zu Mischen oder so Und Dass das Video halt sehr gut wird Und wenn ich halt Mehrere Videos am Stück mache Dann fällt mir auch mal die Zeit Und dann Schmiere ich das einfach noch so hin Und dann Könnte es sein Dass man zwischendurch Schwarzbild ist So wie in der einen Ich glaube das war es Vivalgames Folge Mit dem Schock HD Ja Und ja Lieber bearbeiten Und gründlicher Als schluderlich und kacke Richtig Das ist Finde ich genauso Wer will Wer will Video sehen Wo total scheiß aufgebaut ist Richtig Bin ich ganz deiner Meinung Wenn es so ein Äh Video ist Wo man nur zuhören kann Ist es eigentlich scheißegal Aber so normal Ja So wie Video wo man Jetzt zum Beispiel Bei mir Infovideo Wo halt nur so ein Bild ist Und wir dann erzählen Brauchen wir nicht besonders viel machen Aber So sag ich mal Wo die Qualität Äh Gut sein muss Jetzt bei MMOs Jetzt zum Beispiel So sag ich mal World of Warcraft Ist ja ein bekanntes Spiel Da muss die Qualität Natürlich sehr gut sein Wenn man einen speziellen Speziellen Kill macht Muss man natürlich Den Zeltlupe packen Und dann Ne Weil Man muss halt da Viel Arbeit reinstecken Und wenn er So wenig Zeit hat Kommt das ein bisschen Langweilig rüber Also da nimmt man sich Lieber mehr Zeit Als zu wenig Wie sind Sie so behindert Wieso An der Hülle wo wir waren Ist Kohle Ich hoffe ich find nach Hause Ne Ich bin zu Hause Ja Erstmal rohes Zombiefleisch essen Ich hab 40 rohes Fleisch Ne Komm jetzt mal nach Hause Weil sonst Ich kann nicht mehr rennen gleich Ich hoffe ich weiß noch Wo es zu Hause ist Ich glaub ich seh das Glaub ich schon von hier Ja Ich glaube Ist es dahin Ist es Ja da ist es Ah ich fahr gar nicht so weit weg Guck mal aus Bist du zu Hause Bist du ne Geh mal aus der Tür Mann da Da ist ein fetter Berg Dazwischen Ja ich geh da Ich schwimm jetzt einfach Ich geh deinen Namen Ja guck mal hier Guck mal aus der Tür Da hinten Hinter mir ist Ist da Eine große Höhle Ich hab plötzlich Schweinefleisch Wollte ich mal sagen Hast du Knochen Ja Gebt mal bitte Hab mir was vor Bau mir Jo Kannst mir auch gleich Genau wegen dem Bäum Wenn du es erfasst What the fuck Ich dachte schon Wachse Mach den Baumtanz Lalalalalala Nein du schau Tod Fleisch Eins Hier du kriegst das Gebratene Schweinefleisch Ich mag Schweinefleisch lieber Gebratene Schweinefleisch Hähnchenfleisch Ich hab ein bisschen Kohle Kohle Hast du das Ich hab 28 Ich habe 48 Bitte nicht töten Bitte nicht töten Das ist unser Haus Wund Ja ja Klar Ich baue einen Zaun Ich baue einen Zaun Gut Wie wollen wir ihn nennen Eckart Eckart Ja Ich gebe mir ein bisschen Holz Frau Vielleicht mach die Tür zu bitte Ist doch Gut Ich mach die immer auch zu Ne Ja Ich auch Nein Oh Okay So Eckart Komm mal hier Eckart Woher du Woher du Ja Wir nennen den Günther Günther Wie der Lehrer Herr Günther Ja Naja Es gibt halt Oh Hier ist ne Kuh Du hast ne Kuh Übersehen Nein War mit Absicht Oh Kuh Schubser Wieso Ich hab ihn noch Keine Klippe runtergeworfen Hm Vielleicht doch Das ist ein Block Das ist ein Block Machen wir das für dich auch schön aus Holz hier ne Weil ja natürlich ähm Ein 5 Sterne Marius wird nämlich immer sehr wütend wenn keiner was falsch macht und dann haut er kein Ja immer Ja Obwohl es in echtem Leben eigentlich genau andersrum ist Naja wir hauen uns gegenseitig sagen wir so Ja Erstmal ein bisschen rotz Oder Eckart Wir nennen den Eckart oder Ja Wollen wir ihn Eckart nennen Was so Ups Ich hab zwei Eisen Ja die waren da drin Hast du die jetzt raus Ja warte kurz ich will ne Kiste machen da packen wir das erst erstmal alles rein ja Ich hatte diese Fackel Ey mach die Fackel da nicht weg Pack dir hier links und rechts hier an den Zäunen ok Bitte Ey ich muss noch ne Werkbank hinbauen ok Oder kann ich auch machen Okay geh weg da Geh weg da Ne ich hab mir schon einer ich hab schon jetzt schon zwei Pass auf wir machen das so Guck Weil äh er muss ja natürlich ne Warte Das Huhn muss ich was craften können ne Moment Moment Mach jetzt erstmal ein bisschen ein Sound-Tor Damit du auch mal flüchten Ausgang hat ne Ey komms mal rüber Eckart Ey Eckart Eckart Komm bitte Hast du Weizen Eckart Ich zwinge mich nicht dazu dich zu schlagen Mach jetzt nichts und stirb das Viech Ich schlag's ja mit der Hand Aber das hat schon Ich k- Ja 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 Ne 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 mach bitte das Loch zu Mach bitte das Loch zu Danke Ja 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 Nee Nee Ja ja Beweg dich weiter Huhn Beweg dich Bleib stehen Ja bleib stehen Nein Geh doch nicht immer auf die Kanten Danke Oh das ist so anstrengend mit nem Huhn ey Wieso haben wir nur nen Huhn als Ach Füß ich verarsch Ich kacke gleich auf den Stuhl Ja Jetzt nur noch geradeaus bitte Geradeaus Ja Nein Nein Scheiße man Kann doch nicht sein Ist doch kacke Bitte Wenn du jetzt einmal Ein Stück weiter gehst Zur Tür ne Ich hau dich Bin da Ich hab da kein Mitleid tun Geh rein Geh rein Geh rein Es ist drin So Na was hast du gemacht Ich hab schon 6 Level Ich hab schon 26 Fleisch So wo soll ich die Thron Bauen Ich mach uns mal hier Ich mach mir erstmal ne Spitzhacke Hab gleich keine mehr Ich mach uns Thron okay Mach schon erstmal hier Da hab ich schon ne Idee Wie ich das mache So Äh Ich habe Hier so eben Einen Weg hingebaut Damit hier Gras reinkommt Damit er dann auch Schönen Grasweg hat Ja Das ist Das ist doch Duel Ich hör ein Mini Zombie Das ist nicht Duel Sag mal Können wir nicht erstmal das Holz verschwenden Alter ist das schnell Da sind ganz schön viele Zombies ne Mach hier erstmal diesen Müll weg Ja ja mach das mal Oder ich mach da auch einfach Weißt du was Ich mach da jetzt einfach Holz hin Jetzt mach ich Ey Ey Stellst dich einfach vor Werkbank ey Du bist hakt Du denkst Du kannst dir alles erlauben hier Oder was Halt dein Maul Ja Wett hier gleich zum Tier Wenn ich das erste Mal Mann Geh doch jetzt mal weg hier Mann Ich crafte gerade Ist mir egal So ist doch cool oder Was willst du denn hier Was bist du Abgelenkt Willst du auch noch ranne Zu tritt verweigert Interessiert mich nicht Läuft bei dir oder Oder Renn schon Renn schon fast Boah was willst du denn hier Er wollte mit der kämpfen Alter du Pissenelke Sei bitte nicht so aggressiv zu dem Oh Nein So Gut hier kommt das Eisen rein Wenn du glücklich bist Hast du Gunpowder? Nein Leider nicht Tut mir leid Alter ne Wenn dieser Zombie jetzt Wenn diese zwei Zombies jetzt hier herkommen Wo ich stehe Ne Dann gibts auch Fresse Weg vom Baum Weg Oh scheiße Weg 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 Bisschen Crab mal mitnehmen Weiß wann ich das noch gebrauchen kann Hier Ja Ey das erste was ich in Minecraft mache Terror For me Dieser Berg stört mich Helf dir mal Nein Okay Helf dir Mach dich nützlich Ja okay Dann töte ich halt Hol Erz Nein Und Erz Und Farmer Ich hab Gunpowder Wie viel Nein Oh du weißt wofür ich das brauche oder Für TNT Um den Berg zu sprengen oder nicht Ja So ne Fracke kann ich doch schon herstellen oder nicht Ja Redstone Fracke Äh warte mal Ich bring dir mal Äh brauchst du Fleisch Ich geb dir ja mal die Hälfte was ich Hab von dem ganzen Fleisch was ich geholt hab Hübchen Jaja hier hab ich den hinter dir Oh jetzt Creeper-Buff Äh Mal aus kannst du mal kurz kommen Guck mal ich glaube hier ist eine ganze Armee What the ffff Das wird lustig Warum haben die so einen großen Radius Weiß ich Au 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 Ich werde hier sterben glaube ich Nein doch nicht Die fühlen sich ne die Zombies Endes Skelett Das muss ich gehen Wicken Bohnenmil Bohnenmil Bohnenbum 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 Bohnenjunger So Jut Das wäre erstmal für heute Gut Gibt es ja auch irgendwo Schafe Warte, ich habe gerade ein Skelett. Ich habe zum Glück... Ach, ich habe die Sounds gerade aus, habe ich gemerkt. So, jetzt habe ich mal die Minecraft... Oh, es ist... Verpiss ich das Skelett, bitte. Moment, warte, ich greife ihn an vom Berg, okay? Action, move! Boom, Junge! So, okay, okay, ich lasse dich in Ruhe. Aua, aua, ich lasse dich in Ruhe. Es war nicht so gemeint, ich wollte dich gar nicht angreifen. Ich wollte dich gar nicht angreifen. Mann, so Hure! Ah, du bist tot. Ich habe ihn nicht getroffen, willst du mich verarschen? Ich habe Pfeile. So, ich komme wieder rüber. Ne, lange nehmen wir jetzt einen schon auf. Keine Ahnung. Shit. Ey, lass doch mal im Haus, weil dann werde ich jetzt mal die Aufnahme. Du musst den Berg aber noch wegkriegen. Nein. Aus dem habe ich nur noch 25 Minuten, weil dann meine Mutti kommt und wir werden zum Friseur gehen. Ja, und? Der Baum ist vollbracht. Welcher Baum? Das ist auch nur ein. Da! Wird davor. Irgendwie ist der eine größer. Ja, der eine ist auch ein Mini. Ja. Ne. Guck mal, ich platze ein bisschen. Guck mal. Sieht viel schöner aus jetzt. Können wir immer auf den Baum springen jetzt hier, ne? Aua. Na? Kommt der eigentlich schon grün? Na. Ja, toll. Na. Na. Den Baum muss ich mal ein bisschen... Das sieht doch du los jetzt. Mal das hier noch weg. Wie selbstgemacht sieht das aus. Frisch aus dem Ofen. Dann lass jetzt mal hier die Folge wenden. Okay, das? Oh. Pfeiler. Hab slash save all of you. Was aber nicht. Hab ja mal. Das ist nett. Dankeschön. Lassen Sie zum Huhn stellen. So. Hast du noch ein paar Abschlussworte zu sagen, Eckhardt? Och. Das ist noch ein paar gött. Und ich weiß gar nicht mehr. Vielen Dank.